Okay, da ist natürlich ein Trick da oben drauf. Ich schiefe mich da gleich wieder auf. Nicht? Ah! Okay, ich weiß nicht, wo er in der Stabilität geht. Ich muss mich hier nicht runterfallen. Ich hab' wieder gewissen. Wo ist das denn? So, wie lang ist denn dieser Zug? Was geht dir vor? Ich weiß nicht, dass ich ihn erledet bin. Okay, jetzt hab ich ihn erledet. Ist das ein Loch? Ja. Nur eine Art Kamine. Ist er eigentlich auch Verstecke oder sowas? Oh, natürlich wie der Hai, ey. Das ist ein Blödsinn. Das ist nicht so viel Leben für die auf einmal. Nur darin, dass ich kein Schutzschild mehr habe. Das sage ich euch. Zumindest bin ich noch nicht abgestößt. Okay, ich glaube, ich geh jetzt einfach mal hier auf Speichern. Trail. Speichern. Okay, weil... Dann kann ich den letzten Speicherbuch laden. Anstatt dann, ähm... das Ganze nur noch von vorne spielen zu müssen. Oh, geht's rein. Wow, shit. Okay, das ist ein Aufzug. Das weiß ich jetzt. Aber erstmal will ich den noch nicht benutzen. So, dann will ich jetzt kurz hier gucken. Die Tür ist zu, dann wäre ich auf der anderen Seite total falsch gewesen. Wie komme ich hier durch? Okay, Waffenpakete... Da ist nichts. Da kann ich den Aufzug rufen. Wie komme ich da durch? Eine blaue Leitung unten... Ah! Oh, shit! Okay, die hat schon mal ordentlich in die Mangel genommen. Ich würde mal sagen, das ist jetzt mal ein riesiges Munitionslager. Ja? Wo auch für mich was auf... Was ist das denn? Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ich kann ja so viel Munition verballern. Okay, da hochkomme ich nicht unbedingt. So, dann lassen wir mich... Ah! Jetzt muss ich gar nichts mehr. Okay, ich weiß immer noch nicht, wofür ich hier das ist. Ach, das sind Kontaktminen! Na, klar. Das ist keine Liste. So, jetzt geh ich eben... ... einfach wieder da raus. Ich bin schon noch alt. Ah, cool. Dann ist hier noch was? Dann bringen wir... ... hier noch ein Hannebomble... ... und dann will der Hannes... ... den ich dann umbringen möchte. Dann bin ich auch noch... ... diesmal ist hier zu... ... oder da, ne? Ach, gut. Ja... Ja... ... ich bin jetzt auch zu. Hey, was soll'n das? Hm... ... verdammt. Ja... ... gut... ... ich lebe wieder rüber. Die Frage ist hier jetzt... ... ähm... ... hm... ... ja, wie komme ich jetzt hier weiter, weil... ... ja, außen lang ist irgendwie nicht. ... das ist so. Okay, das ist, glaub ich, hier nicht blöd. Diese Seite ist zu. Die andere ist auch zu. Wie komme ich hier hoch? Ich hab ja nicht irgendwo einen Umsprung oder sowas. Wo bin ich jetzt auch zu? Wo bin ich da irgendwie hoch? Ich meine, da oben steht drauf stand... ... jemand, den ich abgeschossen hab. Aber da könnte ich auch rein... ... ich würde hier irgendwie da hochkommen. Wenn ich vielleicht das da kaputt mag. Ah... ... ich muss doch glas immer irgendwie kaputt machen. Und hier stand ja auch irgendwo einer. So blöder Hansel, den ich nicht... ... über die Kaffee. Okay, dann... ... muss ich jetzt... ... bloß nicht runterfallen. Wow, was ist das denn jetzt? Schon einfach. Okay... ... haben wir schon Lagerkissen hier. Ah, jetzt geht's auf dieses Zwei-Ebenen-Stück. Warte mal. Warte mal. Na, dann nehme ich die... ... hier. Okay, und wie kann ich das hier runter? Ich würde aber etwas strengen. Jetzt sind wir hier in Deckung. Und jetzt... ... wird erstmal geheilt, was das Zeug hält. Weil... ... das kann ich gut brauchen. Jetzt heile ich euch nochmal... ... auf die Kaffee auf 100. Und... ... tjaaaannn! Wenn wir jetzt nicht weiter... ... war mir irgendwie klar... ... fühlt sich hier irgendwie... ... ein Charakter. Das geht auch noch. Ich hoffe, dass ich hier eine Unterfalle... ... und die Unterfalle ist irgendwie immer so eine ganz blöde Sache. Daaaannn. Ok. EIN. 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 Cerf. 사ys. Ich schaffe hier einfach mal. Das war gar nicht zuliebe. Okay, Mission erledigt. Schlechte Neuigkeiten, Jaden. Die Bahn wird immer schneller. Sie wollen sie in die Station jagen. Du musst zum Kontrollraum gelangen und sie so stoppen. Alles ist sehr schön. Habe ich irgendwo einen Timer gelaufen? Hör auf mit dem blauen Blinken, das nervt. Ich glaube, was hier? So, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, für dich. Ich greife dir langsam an. Ah, noch mehr Leute. Noch mehr Leute, die mehr auf den Gates gehen wollen. So. Ähm. Boah, das war knapp. Okay, jetzt bin ich jetzt mal hier drunter nur. Ah, da steht schon wieder einer. Okay, das geht mir jetzt auf den Keks. Komm her. Und. Und. Okay. Hier oben drauf. Äh. Ich sehe das gar nichts. Ich sehe einfach. Komm her. Was hier vorgeht. Ich räume auf. Ja. Einfach. Da ist es einfach. Oh, ist irgendwas voll. O, geht's auf. Nichts? D Regen. D Regen. Ja, ist das. Das war es. Oh, das ist. Ha 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 ha